so und für nächsten aufnahme hoffentlich weiß diese hier eher weniger vermüdet ich meine weil an sich die letzte folge war ja immer noch vermüdet und sich und so und hat das gewidt verlassen das verlassen jetzt so ist es vertraute zentrum ich könnte schon leicht ausschalten hey abstand ja sats noch mal sag das noch mal geh weg ja was Bezerrte Käuft häufig Technik-Magazine Warum rückst du mir so oft die Pelle? Besucht wie den Beihilfe zum Betrug Heißig, wenn ich will Hey, komm mal nicht so nah, ja? Was für mich du hier stehen hast Hey, Piers Hey, hallo Tissi 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 Klappe Mach bloß keinen Unsinn Ja, Tiss Verscheucht Tissi Ich will nicht sterben Und? Ich komm schon klar Komm schon, Drecksack Hey, mein Geld! Der hat mein Geld zur Stuhl Nein! Geldstealerei, ich stehle doch schon in nöden Geld Nicht so hastig, Tollpatsch Ja, die verfolge ich nur So leichten kommst du mir nicht Sorry, mein Fehler Hey, Mann, pass auf Muss das denn sein? Keine Kinderstube Nein! Nein! Verbrecher neutralisierend Nein! Nein! Bitte! Was ist? Was ist Leute los? Ich bin's doch nur der in Piers Der Wächer Jetzt hab ich den Stafanenotrol abgemacht So Ich verschwinde, mein Lieber! So Hallo So Ja, ich mach mal eine Wutte! So, und hier mal Puh So So Füßt wird Ich glaube, wir machen auch nochmal eine Folge Ein bisschen herum Weil wir an sich eigentlich auch sozusagen Ein bisschen Sachen benötigen Obwohl wir den vielleicht mal ein bisschen Ich mein mal, wir brauchen mal ein bisschen Wider davon Systemflisten Wie gehen wir das dann aus? Ich Ich meine meine ich uns ja Ah, das ist so Warte, 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 warte Verfolgung Looter Ich will alle auch das gleiche Sample oder was? Kennen wir uns So 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 Die hörte nicht mehr zu mir, aber wir haben gar nicht gemerkt in meiner Hände. Du musst einfach nur die Kugel im Auge behalten. Hey, das ist nicht los, ich bin ständig im Rhein. Wir haben hier mit Schrauben bezahlt. Ich sehe, ob die sich bewusst sind, was für Schild steht. Ich glaube nicht. Oh, der ist ja hier in der Nähe. Dann wiederholen wir uns doch diesen Verbrecher hier im Park. Das wird natürlich ein bisschen Gas. Einfach mal eine Folge rumlaufen. Genau, dann macht man sich... Ich glaube, ein Spiel würde ich am liebsten auch platzplänen. Dafür fehlt mir ein bisschen noch was. Erstmal die Tonsole und vielleicht noch die Aramedie dazu. Ich meine, der Tod-become-human. Was bist du vom Verbrecher? Wo ist dein Opfer? Der Typ da liegt. Der Typ, der... die Frau, die da kommt. Sie wartet. Er wartet auf die Person. Ja... Ich warte mal einen Moment, ob das hinter dazu... ...zulter Person geht. Hey, lass uns mal reden! Ich hab's dir gesagt, das war's! Du irrst dich gewaltig, ich bin nicht fertig! Verschwinde! Das ist echt nicht gut! So! Oh mein Gott! Der SKO! Ob er bleibt unversichert. Ich hab mich schon neutralisiert. Ich glaub der SKO. Ich weiß nicht genau, was er in mir ist. Wenn er den Leuten anstellt, wer das macht. Sooo... Hm... Mal in der Fall rumlaufen ist auch mal ein bisschen... ...mal ein bisschen abwechseln an sich, wenn ich... ...das ist so... ...fahre mit mir herum, machen die selbe Sachen... ...mal... ...falsche zur Weite. Aber sie sehen mal ein bisschen von... ...der Stadt an sich, wie die eigentlich aussieht immer. Wie sehen sie aber an sich, wenn die an sich herumlaufen. Hecken, 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 Hecken. Sooo... Ich hab's auch! Das wisst Ihr doch! Ich hab's auch! Ja! Jesus... Und das Konstruhenvalle? Die hat mich echt nicht einmal angeguckt! Nicht einmal! Also er macht den Bauern! Ich meine... Ich bin ja, ja. Ich hab's auch schon toll! Hey! Ich wollte ja immer sagen. Wir probieren mal eine Folge, ob es da ist, was an sich, dass der South Ocean ist, wir machen mal ein bisschen leise. Ich habe halt so eine Liste, ich meine, nicht die, dass die Marken schon mal da rauskennen. Da habe ich an sich eigentlich so eine minimale Fensterumstellung vor allem auch. So, Maus, kannst du jetzt rauskommen? Ja, Maus ist draußen, außerhalb des Fensters. Weil ich an sich die Musik eigentlich sehr mörderisch bin, wenn ich sie mal zusammen versuche, die Wortschatzmusik. Ich finde ja da mitmachen. Ne. Äh, wisst du, ich such gerade mal. Wie hieß das überhaupt? Ich weiß nicht, wie es heißt. So, lassen wir mal die Musik so laufen. So, wie wird's vielleicht erkennen, dass sozusagen das Bell denn hinten anders aussieht? Man sieht's kaum. So, machen wir das. Mal Musik belaufen hier. Mal. Zeilen, im Club. Hallo. Was ist das? Die Arzt? Ja, da wird nur sein Beruf... Faithet oder was? Das war mir faithet davon aber was? Ah, dann haben wir jetzt die Hand. So, dann haben wir aber ein bisschen Musik an sich verlaufen. Ich finde es eigentlich eher fast besser mit Musik irgendwie, weil ich es sonst ein bisschen leise bin. Teilweise eigentlich auch. Mal gespannt, ob es dann vielleicht erwähnt, wie das Lanzloch da steht. Ah, sonst egal. Ja. Ich meine... An sich habe ich das eigentlich auch schon Bannern voll im Umständen, aber... Das Aktion Depo von meinem Bruder geht gut an. Entschuldigung. Ich bin von meinem Tisch. So... Hört mal aus, da der Binderwart hier Na, das sind Knähte Noch 8 Minuten? Ehh, ich hab mit der Folde an sich die letzte Folde von der Einfach mal rumlaufen Einfach mal rumlaufen, Folde So So Ah nein Geht durch Ich denke mal Weil es hier wird auf Verbrechensache Von der habe ich den erfahrt ignoriert Der Wazien Verbrechensache hat Ich habe den ersten Der Doktor ist auf Luft registriert Er hat keinen Windows-Blood Also ich glaube, er hat nur auf Luft registriert Ich habe den Windows-Blood Sein Handy ist nur auf Luft registriert Also das ist nicht so schlimm Das ist nicht so schlimm Aber ich habe den Windows-Blood Es ist nicht so schlimm Das ist nicht so schlimm Das ist unser Dead Zett. Das ist unser Dead Zett. Das ist wieder am Cutten mal kurz, die Eutralung schon startet, dann fährt man wieder. So. Ah, okay. Der Platz zu spielen, spielt auch gerade wieder an sich die Fotos. Vielleicht mache ich das hier an sich nach der Aufnahme. Dann auch vielleicht mit höchstens noch Vollnummern machen und dann das mit schulischen Blöde machen. Da ist es hart, aufgeregt die Fotos zu spielen, das hier mal jetzt aufzunehmen. Ich war zu spät. Scheiße. Ich bin hier rein, ich bin zu spät. Ich war zu spät. Genau soll er hier. Es wird doch noch einer erschossen. Es wird sich nach Ägypten. Okay. Schleifern, nach. Schleifern, nach. Hier ist der gleiche. Schleifern, nach. So. Was gemacht? Vielleicht mal lesen. An sich, war es glaube ich so bei diesen C2S-Turm, den wir hier in der Nähe des Überbrückung haben. Das der von oberen Dach erreichbar war. Alles glaube ich. Ich bin mir unsicher, dass wir das hier reinmachen C, S, wenn wir doch die 3T hier schon sind Ah, ein Etage runter Schwarz, Pursch So, nein Nein, nicht zwei Dü di, dü-ü-i'de-at-die-at-die So Hier rüber So Da haben wir dat Da ist er, da ist er, wenn sie für es Sieht man hier irgendwas Alles klar, aber ja... Okay, ich muss rumlaufen. Aber wenn sozusagen das wie immer dasteht, werde ich mich bewusst. Das ist halt wirklich die Sache. Weil ich glaube, keiner, den ich irgend so gehört habe, hat nur so etwas Musik laufen lassen, weil er sein Let's Play ist. Deswegen nicht den Schatz, aber ich habe auch noch die Musik laufen. Kein Raumspiel. Die Minecraft-Player soll ich hier nicht laufen. Das ist ein bisschen nah für das Titel. Holy... Einfach so ein Auffall und das mit ihm, was man's hat, ey. So. An sich habe ich sonst eigentlich auch schon meinen Ehrenfall in Ordnung, weil ihr es sozusagen habt. So. Blah. Brauch? Die Teile CTS-Türme noch, dann... ... fehlt... Dann haben wir eigentlich alle, oder? Dann haben wir wohl alle CTS-Türme, wenn wir das haben, da sind sie. Okay, interessant. An sich weiß ich noch von einem. Ah, der ist nicht listet, okay. Dort hier, ähm, nein, das wird wohl. Letztes Jahr gab es eine Lohnangreifung. Fragt ihr nach, und du wirst es bekommen. Ich mach noch die zweite CTS-Türme, wenn die noch hier in der Nähe sind. Nächste Folge werden wir hier ein bisschen anders zu dreht sein. Wir werden ja vielleicht mal, oder? Vielleicht machen wir das dann. Das ist sozusagen nächstes. Wollen wir dann nicht, sozusagen, die noch mal voll an sich machen. Wollen wir dann die Sachen abfahren? So, macht noch mal ein bisschen Haupt-Quest weiter. Machen wir vielleicht mal den ersten Akt fertig. Machen wir das so gut gelten. So, das habe ich gesehen. An sich nutzt ja auch diese Sehenswürdigkeit, wenn wir alle da anwenden könnten, und dann... Blumforschung stellt heute ein verbessertes Verschlüffelungssystem vor. Die PR-Chefin Charlotte Gardner gab zu Protokoll, dass das gescheiterte Datenleck vom Maul bereift, dass das Unternehmen sicherer ist als je zuvor. So, ich habe mich... Ich meine, wir sind doch schon mal in der Vollsilveranerland, da machen wir sozusagen... ...und dann... ...und dann... ...und dann... ...und dann wieder selber... In der Bäris hat dann der hintere Wegge, 8 bis 30 Grad, der vordere... ...8 bis 40,9... ...und dann, ja, wir haben über 80 Grad wärmer hier vorne, um der Rechner. Aber ja, mit der Leute am Laufen ist. So. Klappe! Ey! Ich meinte, mein Platz. So, ich wollte dafür. Oh nein. Wir... haben wir eigentlich von ihr? Wie viel haben wir denn von ihr schon? Einer fehlt noch. Einer fehlt noch von ihr. Dann haben wir alle. Von ihr. Ich weiß ja nicht, ob wir die angehört haben. Es könnte sein, dass ich dann teilweise wiederhole und mache dabei. Weil ich guck jetzt nicht nach, ob ich die mir schon mal angehört habe oder nicht. Äh, äh. Könnte dann sein, wenn die sozusagen die vollständig haben, dass wir die dann nochmal anhaben. So, ich hoffe, ich mache es nicht öfter als noch einmal. Nicht, dass ich die mehr als andere alle... Denn dann ist es halt so, ich werde nicht nachtun dafür extra. Aber dann... So, beenden wir jetzt die... Was weiß ich wie viel der Folge von Watch Dogs und wird noch ein paar sozusagen kommen. Und dann, wenn das fertig ist, dann weiß ich nicht, ob ich das an sich... So, sozusagen... So, sozusagen... Wir haben ja hier... Im... Hauptmeldium... In der Ladebüste wie mir mal erzählt wäre... Weil wir hier... Aiden Pierce bekannten ja... Das sind ja keine Machen ja... Und Watch Dogs... Bad Plot. Von den Typen, denen wir auch an sich noch kennenlernen würden. Und das ist sozusagen halt... Die Sache weiß ich nicht, ob ich sozusagen machen würde. Aber dann... Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss!